es ist alles ist basic und dings gut ja es gibt auch ich dachte scheiße so lange kommt das muss ja hier rein war das so unglaublich spannend oh ja jetzt kommt es ist wieder hier beides nicht splitter jetzt noch oft sind sie gleich lehrung vielleicht habe keine haut mehr ich raste aus ich glaube aber bei 16 von 28 ich finde das voll scheiße wenn da nur eins drin ist dass man da trotzdem noch extra links draufklicken muss wie oft habe ich dieses verkackte Lied in der Playlist alter welches das Intro von Sword Art Online geht mir langsam schon auf den Sack alter ich habe es nur einmal in der Playlist aber es kommt einfach jedes zweite Lied würde mir schon einmal auf den Sack gehen musst du mir den Anime echt mal angucken alter der ist so geil so geil oh ja du machst den einmal an kennst den gar nicht aber kriegst trotzdem insal eine Latte oh ja das stimmt ja ich bin eh nicht so der Anime Fan ja vielleicht gucken kannst du das auch gucken echt das ist vor allem wenn du MMOs guckst wenn du MMOs guckst ja ich guck dir immer nur ja SAO ist ja ein MMO ja das ist halt ja hab ich dir schon erklärt ja hast du schon geklärt haben wir schon nochmal ich habe jetzt schon eine halbe Kiste eine halbe Doppelkiste voll also eine Kiste voll also an alle zwei Zuschauer guckt SAO alle zwei Zuschauer? ja von Martin du bist doch einer davon dämlich dämlich drecksarsch kann sein auch dass ich die andere bin du bist wahrscheinlich dieser eine der da geschrieben hat dass du SAO SAO what the fuck FCB weiter machen sollst ja bestimmt kurz ein Fake Account gemacht das ist auch der der den Daumen hoch gegeben hat bestimmt ich hätte auch deine Videos immer so fünfmal aufgerufen lol man kann ein Dragon man kann das craften mit 8 Diamantblöcken und Tome of Alka-Hest ja kann man damit was machen mit dem Egg? lol irgendwie ein Dragonfish ist geil ich kann es natürlich nichts machen es gibt einen Dragonfish es gibt alle Fische alle alle Enderfisch gibt es auch ja das ist ja klar es gibt auch Redstonefisch hinzu es gibt auch Dierfische gibt es echt? es gibt auch Tobi Fische alter ja halt kann man ja immer so fangen? nein du musst züchten züchten mit Mari Kulture oder wie das heißt kannst du auch Schmetterlinge machen? musst du aber nicht ich finde Fische viel süßer als Schmetterlinge ich finde mich viel süßer als Schmetterlinge mhm jetzt soll mal wieder ein Fly gehen alter mein ganz cool ist schon wieder weg war das jetzt? ja ausgebaut endlich Alter dass ich auszusehen Fly gehen da äh reinschmeiße und verbrenne mach doch mal ne und wie nicht ne warum nicht? macht nicht so viel Spaß schade so jetzt bin ich schon bei 18 von 28 noch 5 Stück alter ich hab keine Haut mehr keine Haut Fetzen Fetzen? ich stell es einfach mal vor du nimmst hier so ein so Fledermaus und schab so ein bisschen Haut von der mit so einem Kratzer Alter voll geil das ist möglich nur dass das Problem ist die Gene sich halt einzuschlanzen klar ist es möglich so ein bisschen Haut davon abzuschrauben aber ekelhaft ist auch gar nicht ekelhaft eigentlich mhm ein bisschen hi ab in meine Lieblingshöhle ey wohin ab in ne Höhlung wo ist der Glock? ach so bist du behindert was soll ich denn hier machen? ich spring mal genau runter danke ich hätte mir mal ein Schwerpunkt das wäre mir gar nicht so schlecht gewesen ich würde jetzt mal mal ganze Sachen unten aufheben können ne irgendwie hab ich da keinen Bock drauf schade ich muss nochmal nach Hause hi hi du bist mir mal ein Schwert kraften gut dass ich mit meinen ganzen Eisen in die Höhle reingehe ist auch gar nicht fertig jetzt hab ich mir eine Spitzhacke gemacht oh mein Gott ja ich würde mir ein Schwert machen nehm ich denn da als Wende Martin Marble mhm ich halte ich jetzt Wagen warum wir gehen jetzt nicht ins Bett ich hab noch sauviele Advanced Gains alter äh Basic Gains Advanced Gains was ist denn bei dir kaputt alter? ja da kann ich ja erstmal meine Maschine mit ihm aufladen wo ist denn mein Chisel da findet so erst mal muss ich Kühe fahren ist nicht dritt Lobi wie hier noch sieht auch gar nicht mehr schlecht aus so passt das passt piss dich mal du scheiß Flieger alter willst du mich verarschen? mhm ja ach ey was? ach ich drück immer nur einmal Shift alter hä? wow nicht in die Lava fallen alter hi Zombie zombie kannst du dich mal von meinen pelzigen Eiern lecken oh Wisp wie ein Lotter Wisp bei dir in der Höhle mhm das war ne Bros daran erkennt man schon mal wer hier der Wichser ist der die ganzen ne macht das kommt alles von dem Gebiet ich glaub da hängt da eine Wand fest oh fuck oh fuck jetzt hab ich so Zeit Fick dich doch mal alter wie oft schießt der denn bitte? 20 mal pro Sekunde wo der jetzt? und du mich mal am Arsch lecken der Hosenscheißer hat ne Federmaus gehört fick dich Skelett wo ist sie? ach ich hau die schon wieder wo ist die Federmaus? oh du oh du Dreckskelett weißt du was? wir haben Aura Note gefunden wo? Mino äh 71 und 80 ja aber wo was sind denn die uns noch? äh der Spawnbaum den ich auseinander genommen will ja hab ich schon die Suche ist nicht gut die ist aber so komisch an der im Cave eingegangen ne? mh ich seh dir ja mit meinem Goggle 10km entfernt hättest du mal einen Blitz zauberstab Martin? hättest du mal einen Blitz zauberstab? hättest du mir einen Blitz zauberstab? die Typen können ich will die Flieder mal so gar nicht kennen ich will die ja nur kratzen ach so ich dachte du wirst nicht mit einem Blitz nein kann man die kratzen? das weiß ich nicht ich denk mal nicht ich muss mal das Wasser hier wegmachen du kannst Blitze machen er ist ja voll geil einfach das Wasser geht mir hier auf die Eier dann brauchst du deine Stäbe gar nicht mehr so ja zumindest den einen da den Luftstab das wäre auch noch richtig geil wenn das dann das Fiss weg macht das wirst aber wäre nicht OP ne alter sind da unten in der Höhle viele Wiss ich hab schon 5 Stück gesehen hä warum auf einmal so viele? weil du nur zauberst alter Junge ich mach gar nichts was Wiss äh hier Wiss erzeugt gar nichts bist du sicher? ja kennst du dich überhaupt mit Zaumkraft aus? ich glaube so ich hab mir so 2,3,4,5,7 Tutorials angeguckt jetzt ist die Fliedermaus tot jetzt hab ich so viel Haut weggenommen dass er gestorben ist so jetzt kann ich direkt mal ein neues bauen weißt du was du machen könntest? nein ähm du kannst die mit dem goldenen Lasso fangen und dir ganz viele Health Portions machen dann kannst du ja endlich viele abfahren von denen ja das stimmt du musst die irgendwie einsperren können ja wenn du goldenen Lasso machst kannst du ja einen Fall oder so bohren oh alter hier und goldenen Lasso ist gar nicht mehr so schwer glaub ich das reicht doch Dings dann ich fahr ich nicht goldenen Lasso alter 4 goldnuggets 4 string ja stell mal vor wie du die hier rauskriegen sollst das ist die Höhle hä rechts liegt mit dem goldenen Lasso die sind in dem Laster gefangen achso die werden da richtig eingefangen ja achso warum kommen hier so viele Zombies ist hier irgendwo ein Spawner hier kommen nur Zombies gerade runter oh das Babyzombie verpiss dich Lauf muss den Enderman nur einmal schlagen weil ich strength äh strength hatte schon voll stark eigentlich ja schon mal direkt eine Enderpelle ey warum sind hier nirgends wo Kühe das an ich war auch Leder so wo waren jetzt nochmal der Portblock ah hier ist ein Fledermaus, lol mir ist gar nicht aufgefallen warte mal muss ich erstmal dann muss ich erstmal naja wieso lassen die anderen kein Leder fallen ohhhh yes die Fledermaus jetzt irgendwie hat sich festgebacken da konnte ich richtig viel Haut ab äh bauen für der Bug-User haha oh geil hab ich gerade erschrocken alter aber ohne Spaß fängt auch an wieder etwas zu gewittern irgendwas stimmt mit Tomcrift nicht ja du machst irgendwas falsch ich mach gar nichts das liegt daran äh an diesem Gas das hochgeflogen ist was denn Gas geht's so spät wo wir die ähm das hätte den aber ganz das hätte den aber ganz schön lang gedauert und außerdem ist das nur bei dir hier in der Höhle unter deinem Haus ich hab erstens äh wird das in der ganzen Welt zerstreuen es ist scheißegal wo ich was mache und zweitens hab ich gar ich hab nur research bis jetzt und ein paar Sachen gecraftet ja bist du dir sicher dass es keine Auswirkungen hat? ja ja außer vielleicht diese Lampe oder die Tour wie hat's was machen? schließen wir so schnell durch kein Lamm mehr boah alter wo war jetzt nochmal dieser scheiß Block? ne mach gar nichts mit Wisp oh da ist wie ein Wisp oah Creeper alter und Fleder ach hier Fledermuskel Skelett wo war jetzt oh der Port Block ich finde ihn nicht mehr kann man mal pennen gehen? ne ist nicht drin du musst ja irgendwann sein ich bin doch hier im Riss drin Martin Martin was? ich finde den Port Block nicht mehr ne wie weit rumgelaufen das ist